Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie nach einem Sturz kraftschonend und sicher wieder aufstehen können. Die Hilfe erfolgt durch teilweise Übernahme und Anleitung. Die führende Person bringt den nahegelegenen Arm kopfwärts in eine 90-Grad-Beuge. Der gegenüberliegende Arm wird über den Körper geführt, der Kopf leicht zur rechten Seite gedreht und in Streckung gebracht. Mittels leichtem Zug am linken Arm kommt die liegende Person über die Seiten in die Bauchlage. Durch Druck und Zugimpulse am Becken und Bein wird sie Schritt für Schritt in den Vierfüßlerstand geführt. Durch Zug am rechten Schultergelenk kann sich der geführte Partner aufrichten. Ein leichter Druckimpuls am rechten Knie leitet den Kniestand ein. Durch Führung des Beckens bewegt sich die gestürzte Person über den Stand nach und nach in den Sitz. Der Führende behält während diesem Transfer engen Kontakt mit der geführten Person und bewegt sich antagonistisch mit ihr, um die Bewegung so frei und sicher wie möglich ausführen zu können. 1 07ío3 tratten Lauts champig im 2 08ío3 Federal Ja.